Hallo und herzlich willkommen, Lothar Humphreid hier. Heute ein Video zum Thema Nachtgedanken. Es ist genau 4 Uhr und 13 Minuten, ja schon näher dem Tag als der Nacht. Trotzdem sind es Nachtgedanken, eigentlich entstanden durch ein ganz einfaches menschliches Bedürfnis. Denn ich erwache mit dem Drang, auf das WC zu müssen. Oh, jetzt nicht, denke ich. Ich will weiter schlafen, nur eines, es hört echt auf. Die Natur fordert ihren Lauf, und ich überwinde mich, diesen schweren Gang zu machen. Halb im Trance schleppe ich mich durch die Wohnung, hin zum stillen Örtchen. Ach, es ist schon angenehm, und ich bereue es nicht. Nun gut, aber schnell zurück ins warme Bett. Ich will weiter schlafen. Im Bett drehe und wende ich mich. Ja, ich suche nach einem Platz, oder der richtigen Stellung. Nö, Haltung zum Einschlafen. Nur, es will mir nicht gelingen, die Nachtgedanken gewinnen, und lassen mich nicht mehr los. Es kommen mir einige Nachtgedanken, und ich fasse den Entschluss, aufzustehen und etwas zu tun. Ich weiß, ich kann nicht mehr einschlafen, denn die Nachtgedanken lassen es nicht zu. Also ran ans Werk, auf in den Tag, und Schluss mit den Nachtgedanken. Untertitelung im Auftrag vonplay 넣고